Ich weiß nicht, ob uns das hier wirklich was bringt. Ja, wir sind schneller. Und raus da! Ja, nicht so ein zerschmetterer, hier hast du erst mal ein paar Äxte, mit denen kannst du spielen. Unser Kampfname ist RedToban, der mit seinem holographischen, ähm, keine Ahnung was. Ah, hier die Fragen können wir auch noch machen. Ja, angezündet! Vielleicht finden wir hier was in den Grund. Ihr sterbt schmerzvoll! Das bezweifle ich, dass wir schmerzvoll sterben werden, weil ich gehe mal davon aus, dass wir hier gar nicht sterben werden. Ich habe zu wenig Energie. Ach, du hast ausreichend Höhe. Was stimmt ja jetzt? Ja, wir haben ja 50% höhere Ausdauer-Regeneration. Ach ja, so muss das sein. Go, 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 go. Ja, 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 zieh durch, zieh durch. So, nein! Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann. Ob so ein Aussichtspunkt auch als Kreatur zählt, weil wir töten ihn ja wie eine normale Kreatur, ne? Durch unsere Äxte. Und einer Fackel. Leuchtkäfer, hatten wir die schon? Hm. Müssen wir dann mal ausprobieren. Oh, Baddiepen. Halt. Ich brauche Hilfe. Was ist super hier mit unserem Peneless so richtig zu dikeseln? Das ist... Ah. Wir müssen jetzt hier unsere Pfeile noch legen. Alter, mein armes Pet hat zu viel dickes Fell. So, damit wir ja nur noch unsere Pfeile legen müssen, ja, und dann so eine Scheiße. Ey, what war das, ey? Welche für uns? Ja, kriegst du noch eine Fackel hinterher geworfen? Wir müssen jetzt hier runter und denken nicht weiter drüber nach, was wir gerade gemacht haben. Wir verschwinden einfach im Schatten. Wir verschwinden einfach im Schatten. Ja, da hätten wir es. Leuchtkäfer hatten wir anscheinend noch nicht. Schön. Schön. Nein. So. So. Gibt es denn noch einen im Griffreichweite? Ne. Aber leider nicht. Aber... Doch jetzt. Ende ist es schon mal ein bisschen. Ja, da hätten wir es. Aha, aha, aha. Aber wir müssen noch mal hoch. Ach, Mist. Da haben wir nämlich noch einen Teleporterpunkt verpasst. Ne Wegmarke, ja. Banditenkanon zerstört. Sechs Stück an der Zahl. In sechs... Äh, fünf Stück in sechs Minuten. Ob wir das hinkriegen? Ich mag es auch noch zu bezweifeln. Aber das kann man zumindest mit der Quest kombinieren. Oh, hier hätten wir auch Flermäuse. Die haben wir auf alle Fälle noch nicht getötet. Heute zumindest. Go, 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 go. Oh, yeah. Das ist nicht ein Problem. Das sind alles Gewehrschütze. Hier spielt die Musik. Das ist nicht ein Problem. Das ist nicht ein Problem. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Da schau! Ooooooh! Seid, ja! Zack! Ich hab schon auf die Kanone eintrescht! Das ist gut! Ich hab's mit den Schocken auf die Kanone eintrescht! So, das ist der Schocken! verteidigt die kanonen wir müssen die minenarbeiter schützen das sind ja alles gewehrschützen keine schläger oder sowas haben hier wirklich so viel gewehr ist ja da spüren also aus diesem grund sollte man nicht dieses auto tage rein machen das ist das scheiße dass der dann einfach wirklich auf das nächste über schwenkt auf die nächsten wir haben hier auch eine pistole ne also das sind wirklich alles verankommen angriff Ja, ich konnte mal ein bisschen bohren. Wir müssen sich ja jetzt hier neu justieren. Wir können ja nicht einfach durch Gegenstände durchschießen. Nein, hoch auf die Kollisionsdatei. Okay, in drei Minuten schaffen wir das nicht mehr, aber wir können natürlich noch ein, zwei Kanonen mit dem Tod nehmen. Ich sterbe hier! So, dann haben wir das für den Speer-Großleins-Handleck. Bombs! Wir werden absolviert. Jo, den haben wir auch auf die Zwiebel gegeben. Und hier vorne links noch eine. Genau, genau. Gebt alles, was ihr habt. Das habe ich jetzt mal bei Digimon gehört. Ah, aus! Ah! Ah! Oh man, der sollte eigentlich jetzt mit dir zurückrennen? Jaaa, wenn ich schon die Pfeile gelegt habe, dann kann er auch da mindestens ein Idiot rein rein Okay, über die Hälfte haben wir geschafft, mit 3 von 5 Das sind immerhin 60% Und somit, wir haben unser Säure erfüllt Wir hätten das natürlich alles machen müssen, aber Dann haben wir es halt versagt Das ist nun mal so, wir sind keine Meister Noch nicht, kommt noch Go, go, go Juhu 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 dazu haben wir die Punkte, die es in diesem Gebiet gibt Oder sagen wir mal der ätzendste Fähigkeitspunkte die es bei diesem Gebiet gibt Oh man! Der wird uns wahrscheinlich gleich anschreiben und sagen, äh, ich brauch Hilfe, Hilfe, I need Hilfe, denn alleine ist der Punkt echt ein bisschen scheiße zu holen, kann man echt so sagen. Ach, aber wieso immer? Denn, äh, dieser Punkt, der ist erstmal ordentlich, wird Centauron belegt. Warte ich hier sogar schonmal? Mir scheint es so. Mal als ob wir schonmal hier waren. Und dann ist da nämlich so ein Veteranen-Magier drin, oder? Champion? Keine Ahnung. Der Typ, so hellenhaft, wie er da reingerannt ist, so hellenhaft wird er auch hier wieder raus, das kann ich nicht sagen. 25 Monstern. Schlepptau. Deswegen, man sollte hier eigentlich alles, alle Ads, soweit es geht, tun. Fühlt sich gut an. So, der scheint hier schonmal gewesen zu sein, denn er kam nicht mit den ganzen Monstern wieder her. Angriff!